Hm. Die ist schon schön rosa, ne? Ja. Bleib trotzdem bei der OG-Sense. Wo ist denn dein Rücken? Dein Rucksack? Oh, ich hab überall Aufträge, oder was? Ja. Wo gehen wir hin? Ja, wo jetzt? Jetzt wohin jetzt! Da! Ja, hier ist Auftrag, ja, auch. Ich komm da niemals hin. Ich häng da wie ein Arschloch rum, ey. Pfff. Abo, ja toll, du gehst ja auch immer weiter runter. Ich komm nicht weiter, weil ich schon weiter unten bin. Hä? Bin zu spät rausgesprungen. Na, jetzt bist du ganz unten. Mhm. Bist immer weiter runtergegangen. Egal, ich land da mit Jank, dann sind wir zu zweit. Ich komm zum Haus. Pfff. Da spawnen einer, hier. Ah ja, ich schau, bin schon da. Schnell Waffe, 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 Waffe hier. Ich komm den Bastard, Digga. Bei so einem T-Smiter, Bro. Der Arme, Digga. Der Arme. Ja. Der Arme. Ja, morgens. Jank? Ja. ist bei mir diese immer noch diese sterne muss ich damit war was machen der auftrag auf der karte ja ja da musst du irgendeinen auftrag hast du da und ich kann dir leider nicht sagen welchen Scheiße Neneene, du haust nicht ab Woher wer denn? Lass ihn doch abhauen Lass ihn doch einfach abhauen, Dude Kann er echt nach dahin gehen, wo er hergekommen ist, Dude Gute Nacht, tschüss Oh geil, du kannst dir hier nen Trank kaufen Nee, du weißt, da kannst du dir auch noch nen Smoothie kaufen Ist der ein dumm oder so? Alter, oh warte, ich werd angerufen Oh boom Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 und wir lieber eine schmutzwaffe nimmt ich brauche munition ich habe null also wirklich überall munition überall munition trick 7 ist wenn man alleine rumläuft dann müssen wir gucken und trick 28 ist wenn man einfach vor allem den leuten abhaut wenn man nicht wenn man nicht andere leute hinterher rennt ich weiß riko was du meinst dann müssen wir mal gucken wegen den gerüchten dass wir die riko mein stalker was geht ja ich stauke dich doch gerne weiß doch bescheid habe ich habe ich doch das letzte mal sogar schon gesagt ich stauke dich stimmt da war was ja ja wir haben ich versuchen wir zu verarschen wo ist die kleine was die kleinen was die kleinen ich weiß nicht wo du das ist was die macht weiß ich nicht jose basic mäßig aber man er pisst dich aus meinem blickwinkel an halt deine fresse du pinke stück scheiße ich hab schon gar nichts und du klaust mir alles ich sag doch zweite klasse es ergibt schon alles sinn in diesem leben warum ihr nur ein loch habt die bastarde halt die fresse stück scheiße am ende des tages hab ich dich gefickt genauso wie im spiel deswegen klau ich dir die waffen damit man sagen kann ich habe dich gefickt auch anders an der seite mit geburt wie komme ich da runter piet mich an der biet schlangen muruk Ah, hab' gefunden. Ander zieckchen. Hol, hol dir alles, was Janky kriegen kann. Kennst du Unge? Unge, Unge, Unge. Unge, hallo? Unge, Unge. Unge, Unge. Alter, was ist das? Hast du Munition? 93. Ok, ok. Ich war auch nicht grad mehr. Hier kommt jemand mit Bosswaffe, hier kommt jemand mit Bosswaffe. Oh, oh. Schick dir die Buxen. Das ist mein Muni. Krieg's den. Der muss hier oben irgendwo laufen. Ok, der läuft wieder weg. Puh. 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 Der muss hier oben laufen. Puh. Der muss hier oben, wenn er oben oben zu sein ist, wenn er was für uns hier oben liegen ist. die sind hier hinten irgendwo ernsthaft einfach damage bekommen wegen euch du hast gar nichts gemacht du hast es gerade kaputt gemacht nee ich war nicht mal da ich denke das warst du ich hab's gesehen hier kriegst du salat du salatkopf ein indischer salatkopf wir gehen da hoch dann nein nein nicht nehmen warum nicht weil die gegner sind get to flashy langsam langsam motorrad der ist hier oben der ist dahinter können die erst zwei seiten pushen ja kommt runter 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 hat direkt 105er kassiert abu abu sniper da ah siehe nicht so offen dort stehen so dass sie ein bisschen gucken können von oben runter ich werde gesniped zu 100% ich werde gesniped zu 100% ja ja schon eine abgekriegt der ist hier oben auf dem dach hier hinten hier ich habe ihn im peek super super sehr schön ich sorge euch ehrlich jenk du siehst das manchmal nicht dass du steppst hinter dir hast ne ich spüre auch mit deiner hand auch nicht wenn ich mich so arg konzentriere bin ich ehrlich aber ich streng mich an bin ich ehrlich genau ich sehe die da unten nicht mehr ah doch hier ist einer ja ganz knapp an der fresse vorbei hab ihn 105er gedrückt hab ihn auto 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 das für wuhinsinne digger ah hinter euch hinter euch weg 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 genau knapp immer hier hinterm stein rico lenkt ab ja ja hab ihn hab ihn perfekt ich hole ihn ja rechts 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 willst du ihm helfen? warte jetzt hast du ihn? ja oi 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 let's do it motherfucker my name is jenk paxen das ist der kroning ich will auch krone das ist der kroning das ist der kroning das ist der kroning die leute die immer alles snipern oder schlimm sehr sehr schlimm ich denke was hat rainbow six den 40 gigabyte update den wollen die denn ficken ich würde dich gerne ficken nicht so offen da stehen nicht so offen da stehen die snipen die snipen se wachten die warten ne? die wollen reag 4 Digger. Ähm, wo ist der? Ah, okay. Nicht hier, nicht zu mir, nicht zu mir, nicht zu mir. Da ist jemand geriftet? Mhm. Ja. Ah, hier, hier, der dumme Wichser. Ah, hier, der dumme Wichser. Ach so. Komm zu mir. Direkt hin, zurück. Direkt hin. direkt 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 da hinten liegt ein fisch riko zwei stück hier 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 und blockst mich die gegner kommen gegner kommen ja montana clocks ja der montana blocks ja dann block block mal diesen block montana block